Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge RAST mit Wodan Wodaschinski. Guck mal, wie böse er ist. Grüß euch. Ja, du mit deiner... Naja, ich hab aber nur noch einen Schuss, du hast noch sechs. Wasserpumpe. Wasserpumpe. Mit der Schrotze sein, aber wir schrotzen. Schrotze. Ich guck mal kurz nach oben, ne, wie es draußen aussieht. Hast du Steine grad nochmal hier zufällig in der Tasche? Steine, Bross. Ich kann doch nochmal loslaufen dann. Hier, 6000 müssen reichen. 6.000 Neusten bei mir. Sehr gut. Wollen wir die gleich hier so sagen, dass wir die Kiste jetzt für Essen machen? Äh, ja. Welche Kiste ist das? Hier, die erste Dingsbäume. Diese, diese Essen, okay. Ich hab ja hier die 25 Dingsbäume. Tierfette und... Essen, okay. Und, ah, Schlafsack, ne? Schlafsack, nennen. Gute Ansage, du. Gute Ansage. Achso, wir haben ja noch einen Schlafsack. Siehst du, ja, nur... Nur einen hier drin und einen draußen, wa? Schlafsack drin, nenn ich ihn. Strafik drin. Sack, drin. Heiko, Träte. Strafik drin. Jo, gut. So, drinnen. Holzkohle. 30. Äh, viel zu wenig, was hier noch. Was hab ich hier noch? Oh, oh, externe Steintor. Alter, wir können uns dann hier ringsherum nochmal ein... Kannst du das schon, oder was? Nee, ich hab doch hier einen. Hab ich doch vorhin den Typen abgenommen, der da lag. Du mieses Stück Miesheit. Weil ich... Lass das erstmal hier drin, ne? Hast du die Eisentüren hier drinne? Oh, und... Du mieses Stück. So. Jetzt haben wir den Bogen. Genau. Was sagt denn die Karte eigentlich? Jetzt hat die Hochschwindigkeitsschüsse hier. Drei Stück am Start. Geil. 20 Isola, 10 Metallfragmente. Tja, da müssen wir noch ein bisschen... Brauchen wir noch. Haben nur so noch ein bisschen. Wollen wir mal alles gucken? Dann kriegen wir hin. Das sieht gut aus. Hast du denn deine Axt... Wieso hab ich zwei Äxte? Ich hab... Frag nicht. Nicht fragen. Nicht fragen. Einfach nehmen. Vielleicht hast du den Typen vorhin abgenommen. Kannst du haben. Kannst du haben. Denk ich mal. Eine schöne Augenbetrieg nicht. So, mein Schlagsack hier drin erstmal kurz. Ist das mit der Zeitperiode, wo du gesagt hast, wenn man jetzt drauf geht, ne? Dann kannst du ja wieder Basic eingeben, ne? Ja. Gut. Dann sagt er dir, hast du noch einmal heute gefasst, oder? Alle 24 Stunden, sowas? Wo dann, wenn... Also, wo dann, weg? Jetzt sagen würde, ja. Weg, lügen dabei, gehst nicht. Ja, okay. Das ist immer so eine Sache. Ja. Das will nicht sein, das schießt. Liebe Uniane. Gut, ne? An und für sich brauchen wir jetzt Ressources. Äh. Ich hab irgendwie was Metallern entschlagen hören, gerade. Du weißt aber schon, dass ich hier draußen rumrenne. Ja, ja, das weiß ich gerne. Mal hier jetzt Fenster rinnen, um die Etage. Oh, hier fehlen noch Steine. So lange so hier in den pinken... Ja, aber Fenster, Fenster, Fenster ist immer so eine Sache. Ich hab immer Angst vor Fenstern eigentlich. Hier legst du das alles gut. Hier ist jemand. Hallo, Neverin. Was? Der liegt da? Der ist ja das gut, ne? Mal gucken, was er drin hat. Der ist, naja. Was denn? Wie einverleibt, sozusagen. Moment. Das hört man halt... Ich hab's halt Erz gegessen jetzt gegen... Das ist gesund, hab ich gehört. Der hat aber auch jemanden umgebracht schon. Hat er? Ja. Der hat schon Menschenfleisch bei sich. Zehn Stück. Ei, ei, ei. Der kleine Neverin. Der kleine, kleine Neverin. Das ist schon so einer, ne? Dann krieg ich ja nachher für eine Bindung. Geh mal rum, das ist gut. Es gibt wieder hier keine Schleischsteine. Dann kann man noch basteln, hier haben wir. Schießschaden wären nicht schlecht, ne? Halpel, niedrige Wand. Schießschaden. Schießschaden. Na, ich hab jetzt hier, äh, Dings drin gemacht, ne? Okay, noch. Aber man kann doch noch irgendwas pulet. Blöde ist, im Tal liegen nur Steine. Ne? Na ja, gleich neben den Steinen bauen ist auch immer doof. Ja, nee, das meine ich nicht so. Aber das ist dann wieder in diesem Bereich, wo die uns sehen können. Beim Loot. Die Sonne geht unter. Geil. Kann man direkt am Fensterläden ran. Ja. Ich jetzt hier noch, weiß ich nicht. Das blöde ist, wie die Mauern müssen wir auch so eine, ähm, Blutkolle finden, ne? Erst. Kann hier irgendwas in der Richtung Stein machen. Ach so, Steinmarikade kriege ich, ja? Kannst du? Ja. Amor Dumbledore. Das ist doch auch neu, oder nicht? Amor Dumbledore. 1000 Metallsplitter. What the fuck? Und hier dieser komische... ist hier ein Zaun, ja? Ja. Margin, all time in the morning. Morgen, drei, zwei, drei, vier, all right. Das ist auch geklärt. Das ist ja krass, was da gibt. Das ist ja... Jetzt, ähm... Ja. Ich krieg gerade ein bisschen... Cool. Oh, wir müssen noch einen Werkzeugschrank machen. Höhöhöhöh. Fällt mir allein, wir können ja jeder... Da würde das Zeug nämlich reparieren müssen, der jesmeine. Ja. Da muss ich gleich mal Holz holen. Pass auf, wenn ich spiele. Ich passe auf mich. Ich glaube immer. Ich glaube, du. Ich glaube, du. Ich hab mich aufgepasst. Jetzt mach ich erstmal noch hier. Schieb wir über. Ich mach das ja mit dem... Mit dem Kraften, du. Schon mein Ding, hm? Weil hier rennt irgendwas drüber. Wenn mal hoch ist, wenn ich... Ist das so gut? 12 Schuss, geil. Ne, bin ich nicht. Definitiv nicht. Gut. Was ist das hier? Beerenfleisch. Ah, wir haben ja kein Feuer. Da gibt doch einer, oder? Ach, mir ist das. Ach, mir ist das. Entschuldigung, unbedingt. Roland, es tut mir leid. Es ist wieder typisch. Umlauf. Es tut mir wirklich leid. Das war jetzt... Ich wollte nicht beleidigen. Ich gehört, was er zu mir gesagt hat. Ich wollte ihn nicht beleidigen. Weiß schon, dass er sich die Folge angucken wird. Meinst du? Jetzt gerade nur die erste, nachdem man nicht mehr da ist. Die reden sich hier nicht. Was wird euch los? Jetzt glühen wir seine Ohren. Das aber nicht, ne? So, wo haben wir ihn gebaut? Ah, da. Ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Also, in letzter Zeit viel Stein auch auf dem Boden, was man so einsammeln kann, ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich mache das einfach mal so, dann verbrät das nicht. Kommst du gerade? Ja, ich komme jetzt rein. Ich will jetzt nicht so viel, falls ich draufgehe, verlieren. Okay. Karma-Meet! Oder nicht ab, hier, Mann. Da rennst du gleich in den... Direkt raus. Krass. So, jetzt haben wir Menschenfleisch mehr als normal ist. Schlecht fürs Karma, oder? Ja, das ist schlecht fürs Karma, ja. Ich hole immer Holz. Ach, Gott, jetzt hab ich. So, dann müssen wir uns aber quasi morgen direkt auf den Weg machen. Jetzt haben wir Waffen. Ja. Müssen wir uns auf den Weg machen, hier irgendjemanden... Ne, Quatsch, irgendwas zu lernen. Irgendjemand. Also, irgendjemanden lernen. Wir müssen unbedingt irgendjemanden kennenlernen. Hi! Irgendjemand muss uns kennenlernen. Hi, Fleischhammer. So, da. Wollen wir doch sagen. Bin doch. Wie geht's denn so? Gänsefleischbaum. Köfferung irgendwo. Gänsefleisch. Wie haben wir noch? Ah, du hast das... Ne, gut, da mache ich's auch hier. Ne, ich hab gesehen, du hast hier die Kotlocks eingehauen. Die Kotlocks, ja, hab ich jetzt erstmal gemacht. Die Kucht. Korzloch. Guck mal ins Feuer, da ist noch... Erdbeeren? Da ist Fleisch drin. Fleisch drin auch. Oh nee, unbeaufsichtiges Fleisch wieder. Ja, da liegt das schon im ersten Jahr draußen. Meine. Ich hab extra... Ah, ich hab extra wenig gemacht. Wenig Holz drin, ja. Wenig? Na ja, du wirst ja wieder. Alter, die sind zwölf, fünf und sechzehn. Er wird verbrannt? Ja, ein Teil ist draußen schon, aber das nehme ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie viel gebratenes Bärenfleisch. Warte mal. Das weiß... Also die erstmal nicht, weil letztes Mal ging's mir nicht dreckig, wo ich sie gegessen habe. Wirklich? Jetzt bin wirklich dreckig? Sie sind nicht lustig. Ne, 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 ich lache nicht. Ich lache nicht. Ich lache nicht. Jetzt sind, glaube ich, drei Bäume ineinander. Das sieht nur so aus, ne. Ne, da bauen wir ja richtig Material bei sich hier. Achso, ja klar. Du hast es dann halbiert und dann geht's schneller. Jura, Mensch, du. Was hab ich halbiert? Ne, ne. Du hast Bärenfleisch? Nischt absichtlich. Doch, doch, doch. Passt nur 25 auf 1, der grün scheinbar. Gut, dann... Kluges System. Mann, Mann, Mann. Okay, ich war's. Ich war's. Das war mein, mein Plan. Da hat man von vornherein dagegen essen. Kuchgebraten. Ja, das... Das soll man dann nicht essen. Ah, achi. Ist ja offen. Der Turm nebenan ist offen. Der Turm ist offen? Ja, sieht's ja aus. Der Turm nebenan ist offen. Gucken wir mal. Einen Fall sind nur... Also, ehens auf jeden Fall offen. Kommen wir hier hoch. Irgendwann, ne. Oder kriegst du höher, oder was? Ne. Ne? Bist du es? Ja, ja. Und da. Hier. Ja, man kann da irgendwie rein. Hm. Wo war jetzt unsere Hütte? Loll, lol, lol, lol. Hat er sich genannt. Ja, gut. Aber für sich war es nicht schlecht, wie sie gebaut haben. Weil die sind ja nicht durchgekommen, ne. Die hatten anscheinend nur zweimal C4. Und dann haben sie gesehen, Mist, der hatte mehr Eingänge. Quasi so eine Außennetzhülle gemacht, ne. In den Labyrinth, um rum. Ja. Ja. Ähm, richtig. Taktik, äh, den, den Feind zermürgen mit C4. Ich sehe das, ähm. Genauso. Ganz genau. Hm, hm. So, machen wir den dritten Stock drauf und dem dritten Stock dann den Schrank, oder was sagst du? Äh, Antwort C. Ja, wir haben jetzt den dritten Stock und den benutzen wir quasi als... Als Schlafraum? Plus Wechselraum, ja. Bist du dabei? Ja, mach mal. Jetzt sieht gut an. Mach mal die Mütze hier rein. Braucht er nicht hier. Jetzt ist die Frage, wo kommt die nächste Trappe hin, ne? Oder kann ich dich hier hochstellen? Wenn wir hier hochlaufen, quasi. Nee, kann ich hier nicht hochstellen. Echt schade. Machst du doch hier nebenan. Nervt sie hier? Nee. Wenn wir dann hier hingucken. Das ist natürlich schlecht. Ach so. Hm, hm, hm. Warte, warte, warte. Geh mal davon aus, dass... Wenn sie vor der Tür stehen, also hier dürfte die Treppe nicht stehen. Dann machen wir so, guck mal. Hier, hier, hier. Genau. Dann nervt's ja nicht. Sehr cool. Ich glaube, hinter dir her, ne? Mit rein zu. Und dann könnte man hier noch Pillars hinsetzen, damit das alles stabil ist, ne? Seht es richtig? Oder hier, ich... Hm, Pillars kannst du... Ach, nur hier in der Mitte setzen, ne? Ja, in der Mitte immer. Zur Stabilisierung. Natürlich die große Frage, was der jetzt stabil ist. Musst du unten angucken, ne? Wie unten? Dann musst du wechseln jetzt, zum Beispiel. Dann gehst du hier hin und dann siehst du, 54 stable. Nein, 40% stable ist natürlich hart schlecht, ne? Hier ist 60, unten 70, 80, 86. Ja, vierte Stock darf er nicht auf. Ja, aber kriegen wir das irgendwie noch stabiler? Stabiler kriegst du es nur, wenn... Oh. Äh, warte mal. Wollen wir hier unten noch Pillars hinsetzen, oder? Nein, nein, nicht Pillars. Nee. Du kannst einfach nur eine Wand. Quasi um die Treppe rum. Dann hast du nämlich die Mitte doppelt geschützt. Wissen? Ähm, ja. Nicht. Gut. Nee, doch. Versteh ich. Gegenüber von der Tür könnte man ein Fenster basteln. Ja. Und die Rückseite noch. Tschu, tschu. Tschu, tschu, tschu. Wieso hast du da jetzt ein Fenster? Pst. Nein, der Fenster ist nicht. Wenn du runterkommst, dann kannst du dich direkt hier hinstellen und dann durchschießen. Ich finde es gut. Na gut. Mach doch auch noch ein Fensterbarrikade. Ja, woher hier liegen wir? Hier ist gebratenes Bärenfleisch. Nein, das ist nicht gebraten, das ist verkochtes Bärenfleisch. Hier steht aber gebraten. Ja, das ist halt falsch. Überkocht. Alles klar. Übersalzendes Bärenfleisch. Das sind andere hier? Menschenfleisch oder was? Gänseleisch. Nee, auch überkocht. Die gute alte Treppe. Das ist ein Brausenhaus. So, Stable 59. Siehst du, schon besser. Besser als 50. Jetzt habe ich keinen Stein mehr, oder? Doch, 1200. Müssen wir reichen. Das ist ein Niveauhaus. Ja. Also ich würde jetzt auch nicht auf den dritten Dach unbedingt... Ja, das habe ich schon aufgewertet auf Stein. Das ist natürlich semi-korrekt. Warum hat es jetzt ein Problem damit? Ja, das liegt ja oben drauf, ne? Schwibb schwerer. Ach. Schwibb schwerer. Echt jetzt? Das, äh... Könnte auch ein Problem werden, aber wir bauen ja nicht höher. Na, ich hätte jetzt oben den... Den Ausguckbunker. Na gut, wir können das auch so lassen, das ist ja nicht... Das ist auch gut. Ja, dann machen wir hier noch, ähm... Hier so halbhöhere, halb... Ja. Das stimmt. Dann stellt den euren Schrank hier irgendwo hin. Die müssen was haben, du. Direkt alles bei Bordern, dann haben wir nie was. Dann können wir den hässlichen Schrank jetzt hinstellen, dass es auch keinen stört. Hm. Wenn du hier hochkommst, hast du den Schrank vor der Fresse. Nee, ist nicht gut. Können wir den hier innen hinstellen? Noch nicht. Auf der Treppe ist natürlich ganz blöd. Nee, hoch vor der Treppe nicht, aber hier vielleicht unter der Treppe dachte ich sogar. Geht auch nicht. Hm. Geht jetzt auch nicht. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Ach, leg mich, ich stehe hier irgendwo bei einer Ecke. Also, geht nicht. Mir ist kalt. Warte hin. Ah, voll. An. Zu kalt. Nehme ich die wieder weg. Hast du die Hölzer schon aufgewertet in dir? Ja, die sind Stein. Die sehen halt nicht so aus, ne? Mann. Was war denn das? Das wäre in der Ecke. Dachte, Sieht gut aus, aber ist nie so. Du kannst nicht mehr Demolition hier. Demolition wäre jetzt echt geil. Naja. Bei dem Blick nehme ich den Schrank da in der Ecke stellen. Hör mal nicht so. Autorisiere dich. Autorisiere dich. Ja, machen wir mal, warte. Gut. Gut. Das können wir noch machen. Bevor wir jetzt hier... Immer Demolition noch. Demolition hier nicht. Schießpulver. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Was braucht das Ding da für... Stein und Schießpulver, ne? Auch mal. Haben wir jetzt nicht genug Kohle? Wir müssen nochmal Kohle haben eigentlich. Und Schwefel. Ich habe gerade... Ich habe dir ja schon den... Schießpulver ist kein Problem. Mache ich gerade. Ähm. Die Frage ist, wie viel... Äh, was braucht dein... Dein Revolver an Munition? Ja, ja. Schießpulver und Stein. Also diese... Diese... Ist das alles? Oder? Ja, das ist eine ganz primitive Knalle. Ja, geil. Ja. Hast du 100, äh... Binks? Wie viel Stein brauchst du wahrscheinlich auch nochmal 100 oder was? Oder hast du Stein? Stein habe ich, ja. Achso, dann kannst du ja... Also loadling, ne? Ich war hier Hochgeschwindigkeit. Zack. 24. Ding, 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 ding. 21 Schuss. Hochgeschwindigkeitsschuss. Ist doch geil. Nebenbei. Erstmal mal eine Beere. Leicht. Okay, von mir aus können wir quasi morgen, also jetzt, also dann, ne? Und ja. 3, 4, da hätte ich noch 5 Pfeile. H-P. Für Tiere, weil Tiere knall ich nicht mit der Waffe ab. Oder? Was ist ja? Verschwendung. Ja, das war. Schon wieder einen Airdrop gezündet. Können wir eigentlich auch einen Airdrop ziehen? So. Würde ich dann gerade aufs Dach steißen, oder? Fragst du mich weiter hier? Guck mal, 11, 1, aber da... hereby... und wie. Guck mal. H-H-H-H ... Invadiate Command. Na gut. Wer ist dieser Invadiate eigentlich? Der erste hier im Maximum anders. Der Zumag ist der übste Comaner anscheinend. Du darfst draußen rum jetzt eigentlich. Nee, ich bin drinnen und probier oder hab das Ding immer eingebaut hier, den komischen Schrank des Todes. Ah, hab ich da stein einzig, genau, hab ich da, nein, ich bin hier runter gefallen. Einen Code-Log, willst du noch ran machen? Ja, nicht jetzt, aber... Nächsten Mal, okay. Ja, genau. Ach, die Dinger kann man nicht aufwerten, hier, die Schießschaden-Dinger. Fensterläden. Weiß ich nicht, brauchst du nicht was? Gardinen? Gardinen, ach so, Fensterläden. Schießschaden-Dinger. Machst du nicht was? Wir sind auch nicht. Gut. Find ja mal wieder die Sonne aufgehen. Sag mal. Sag mal. Sag mal, sag mal in der nächsten Folge wieder. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Echt jetzt? Ja, klar. Wir wohnen hier. Bin hart überlastet, verstehst du? So, so, okay. Zeig mal was. Machst du mir mal was? Ja, machen wir das nächste Mal. Ja. Ja, dann sag ich... Ach, sag jetzt einfach mal. Herzlichen Dank für den Zuschauen, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe, das hat euch gefallen und von daher sag ich, äh, Wodan. Ja. Mach mal so, dass es nicht mehr pixelt. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Und Abo und Daumen und so, ne? Natürlich, nicht vergessen, ne? 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 Tschüssi. Nämlich.